Rob Vegas hier für Mobile Geeks auf der IFA und dieses Video wird euch präsentiert von Mercedes und Asus und ich bin hier auf dem Stand von Hisense mit dem Dominic und er hat mir gesagt, es gibt ein ganz neues Produkt von euch, ein Tablet und es ist angeblich das dünnste auf der ganzen IFA. Stimmt das? Genau, es ist nämlich 6,35 Millimeter dünn. Wir haben ein 8 Zoll Display verbaut mit einer Retina Auflösung, also 2045536. Letzte Android Version? Letzte Android Version 4.44 KitKat natürlich und eine 5 Megatrische Kamera auf der Rückseite. Okay. Habt ihr auch eine Frontkamera? Wir haben auch eine Frontkamera, die ist 2 Megapixel groß und es ist komplett aus Aluminium gebaut. Okay. Und es gibt es in mehreren Farben, sehr schön. Es gibt es in mehreren Farben und zwar auch Gold, Silber und Blau. So, was steckt da für ein Chip drin? Wir haben einen Rockchip, einen 1,8 GHz Quad-Core Prozessor drin. Okay, den letzten? Den letzten mit 32,88. Habt ihr eine eigene Oberfläche drauf gebaut auf der Sendware? Genau, wir haben eine eigene Oberfläche, eine Vision UI Oberfläche drauf, wie man hier sehen kann. Und wir haben 2 Gigabyte Arbeitsspeicher, 60 Gigabyte intern und man kann es mit einer Micro SD-Karte erweitern bis zu 128 Gigabyte. Oh, sehr cool. Was habt ihr noch für Anschlüsse am Gerät? Also? Ein Radeport. Mhm. Und so, das war's schon. Und wir haben dann den An-Aus-Schalter und es ist sehr schlicht gehalten auf jeden Fall. Wo ist die Wippe für, ähm... Die Wippen, die haben wir nicht. Die sind auf dem Display integriert. Okay. Hier immer... Ach so, ihr habt das auf dem Screen direkt drauf. Genau. Also wir haben keine On-Screen-Buttons, wir haben ein Stainless-Steel-Design. Es sieht verdammt schick aus. Jetzt noch die Frage, High-Sense, zu welchem Preis kommt das und wann kommt das? Genau. Es wird für 299 Euro verkauft. Bei Wedimax, Euronics und Elektronik-Button ab November. Ab November? Also das ist fürs Weihnachtsgeschäft? Genau. Perfekt zum Weihnachtsgeschäft. Besten Dank, Dominik. Das war Rob Wickers hier auf dem Stand von High-Sense mit dem schmalsten Template auf der IFA. Dankeschön. Moin!